Zu diesem zweiten Teil der Videotutorials zu OLAT bestehen zwei verschiedene Videotutorials mit dem gleichen Inhalt. Dieses Video, das Sie im Moment betrachten, ist eine Kurzversion und ist somit eher für versierte und geübte Anwender gedacht, da alle Schritte nur sehr kurz und knapp erklärt werden. Um einen neuen Kurs zu erstellen, klickt man hier oben ins Modul Rernressourcen, dann auf den Menüeintrag Meine Einträge im Menüblock Kurs herstellen auf den Link Kurs, muss nun diesen Kurs erfassen, in dem hier der Titel des Kurses eingegeben wird, der aus dem aktuellen Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen ist, mit der Bezeichnung des Semesters, der Jahreszahl und dem Modultitel. Ich mache hier ein Beispiel, Entwicklungspsychologie. In der Beschreibung des Kurses muss die Modulnummer übernommen werden und optional der Name des Dozenten. Dann klickt auf Speichern, wird das Ganze erfasst, weiter, einfachen Kurs mit Assistenten erstellen, weiter, Minimumanforderung an einen Kurs ist eine Informationsseite und ein Materialordner, weiter, nun die Institution auswählen, den Studiengang und den Fachbereich definieren, auf Weiter klicken, unbedingt hier wichtig, dass alle registrierten OLAT-Benutzer Zugriff haben, auf Fertigstellen klicken und nun wurde bereits der Kurs fertig erstellt. Um einen Kurs zu bearbeiten, hier oben rechts innerhalb der Kurswerkzeuge auf Kurseditor klicken und nun können hier auf der linken Seite die Ressourcen zur Bearbeitung ausgewählt werden. Im Editor können Änderungen vorgenommen werden, ein Text kann formatiert und bearbeitet werden, es können Bilder eingefügt werden und so weiter. Unbedingt wichtig, nach dem Speichern immer noch, wie man es hier oben sieht, publizieren, auch das wieder hier oben rechts innerhalb der Editierwerkzeuge, publizieren, anklicken, definieren, was genau publiziert werden soll, weiter und fertigstellen. Somit wurden bereits alle Änderungen publiziert. Einen letzten wichtigen Schritt, bevor wir den Kurs abschließen können, gibt es noch zu beachten. Und zwar müssen wir den Zugang auf PHSG-Mitglieder beschränken. Dies können Sie machen, indem Sie hier oben auf den Register Zugang klicken und nun hier, wie es hier schon im Beispiel so und schon gemacht ist, das Häkchen bei Attributs abhängig setzen. Damit wird der Wert automatisch auf die Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallens beschränkt. Also wichtig, hier Häkchen setzen bei Attributs abhängig, das ist standardmäßig nicht der Fall und das Ganze dann mit Speichern bestätigen und am Ende ganz wichtig natürlich, wie bei jeder Änderung nicht vergessen, das Ganze noch hier oben im Editor-Werkzeug zu publizieren. Sie werden dann gefragt, was soll publiziert werden. Hier anklicken mit einem Haken und dann auf Weiter und Fertigstellen. Und somit wurde diese Zugangsberechtigung gesetzt. Nun sind Sie also am Ende und haben Ihren Kurs fertig erstellt, können den Kurseditor wieder schliessen und gelangen dann so zu Ihrer Kursansicht und können nun auch hier oben dann die Kursregisterseite auch wieder schliessen, um wieder zurück zur Lernressourcenübersicht zu gelangen.